Eine aktuelle Studie sagt, jeder dritte Deutsche leidet unter Schlaflosigkeit. Einige Produkte auf dem Markt sollen dagegen helfen. Eine Akupunkturmatte für 20 Euro zum Beispiel, ein besonderes Schlafspray für 60 Euro, eine 150 Euro teure Sensorkugel, ein Kirschsaftkonzentrat für 30 Euro und eine kostenlose App für Smartphone. Dennis und Janice sind ein Paar und werden diese Dinge für uns testen. Ich finde es ganz interessant mal ein paar Schlaf-Gadgets auszuprobieren, weil ich halt in der Gastronomie arbeite, da fange ich dann um 20 Uhr zum Beispiel an, arbeite bis 4, 5 Uhr, wenn die dann später los muss, am Morgen, überschneidet sich das alles bei uns immer. Für mich wäre es vor allem auch interessant herauszufinden, wie ich besser durchschlafen kann. Diese skurrile Kugel kann man sich für 150 Euro aus den USA bestellen. Mithilfe eines Sensors überprüft sie die Gegebenheiten im Raum und sagt einem, was die optimalen Bedingungen für den Schlaf sind. Bei Dennis und Janice ist alles im grünen Bereich. Deshalb ab zum nächsten Produkt, die kostenlose App aus dem App Store. Mit einem Bewegungs- und Geräuschsensor analysiert die App den Schlaf und spielt in bestimmten Schlafphasen unterschiedliche Geräusche ab. Mit wenigen Klicks zuvor wählt man aus, in welcher Umgebung man im Traum sich befinden möchte. Was die Schlafhilfen tatsächlich taugen, finden die beiden in der kommenden Woche heraus. Um zu gucken, ob sich der Schlaf verbessert hat, haben die beiden ihren Schlaf vor den Produkten mit Hilfe eines Schlaftrackers gemessen. Was taugt denn nun die App in der Nacht? Wieso macht die App jetzt aus? Es bringt gar nichts. Ich bin richtig angepisst. Ich bin schon zum hundertsten Mal wach. Gut, die App bringt die beiden nicht weiter. Janice testet jetzt den Kirschsaft. In dieser Flasche sind 1450 Montmorency-Kirschen konzentriert. Diese sind reich an Melatonin. Das ist ein Hormon, das den Tag-Nacht-Rhythmus des Menschen steuert. Man schmeckt auf jeden Fall, dass dieses Konzentrat stärker dosiert ist wie ein üblicher Sauerküschsack. So, ich komme jetzt von der Arbeit nach Hause. Normalerweise, wenn ich die Tür öffne und schließe, ruft sie mich sofort oder sagt Hallo. Ich bin gespannt, ob sie jetzt besser schlafen kann. Sie scheint nur zu schlafen. Erst nach neun Stunden Schlaf ist die Studentin wieder wach. Ich konnte relativ gut einschlafen und habe auch durchgeschlafen. Das zeigt auch die Messung. Ohne Schlafhilfe lag Janice insgesamt 56 Minuten wach im Bett. Das macht eine Effizienz von 88 Prozent aus. Mit dem Kirschsaft hat sie dann tatsächlich durchschlafen können. Aber gibt es etwas, das Janice noch besser schlafen lässt? Sie probiert jetzt die Akupunktur-Matte für 20 Euro. Die soll durch Akupunktur noppen, die Durchblutung fördern und zu besserem Schlaf führen. Es hat auf jeden Fall einen Massage-Effekt ein wenig. Also könnte auf jeden Fall mal eine coole Abwechslung sein. Aber dann sollte ich mir vielleicht noch Handschuhe anziehen. Also wenn ich mit meiner bloßen Hand draufkomme, dann tut es schon ziemlich viel. Auch in der Praxis ist die Akupunktur-Matte für Janice allerdings nicht gerade angenehm. Zu pieksig, zu viel Aua-Aua. Dadurch ist sie sogar mehrfach wach geworden in der Nacht. Nach einer Woche treffen wir die beiden wieder und bekommen ein Fazit. Ich habe eigentlich fast so wie immer gepennt. Es ist ganz interessant zu wissen, was für Bedingungen wir haben. Das hat mir halt die Leuchtkugel gezeigt. Aber alles andere hat mir eigentlich nicht weitergeholfen. Am meisten enttäuscht war Dennis vom 60-Dollar-Spray aus den USA. Das sollte mit Melatonin-Spritzern auf den Nacken für eine beschwerdefreie Nacht sorgen. Es riecht nach nichts. Man spürt nichts Besonderes nach dem Sprühen. Man geht halt einfach schlafen und es ist so, als wenn du dir einfach Wasser auf den Nacken gesprüht hast. Also nichts Besonderes. Das Kirschsaftkonzentrat ist mein absoluter Favorit. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass er einen positiven Effekt hat. Zumindest bei unseren Testern konnten die Schlafhelfer bis auf eine Ausnahme nicht punkten. Dann müssen sich Janice und Dennis weiterhin gegenseitig in den Schlaf kuscheln. Bis zum nächsten Mal.